Genau, auch mal einer 17-Jährigen so Frage stellen über die Unterwäschung. Egal wie alt, man stellt so eine Frage nicht und ich weiß nicht, einen Typen hätte er die wahrscheinlich nicht gestellt. Das ist halt dann so ein, hm. Er sagt hier so, es ist nicht sexuell gemeint, aber was ist dann die versteckte Ebene, die wir alle nicht sehen? Das ist halt so ein Gelaber. Eigentlich wäre er ein guter Moderator, so halt nicht. Aber er hat auf jeden Fall das Zeug und wenn eine Entschuldigung kommen würde, würde das meine Schwester bestimmt sehr appreciaten.